Hallo, ich bin Zoe, ich bin sieben Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin sehr oft Flugzeug geflogen und ich durfte sogar schon mal nach vorne und das war echt schön. Also ich freue mich heute schon drauf und ich finde es auch schon schön und ich glaube, wir gehen mal ins Cockpit und ja, ich hoffe, ich lerne ganz viele Sachen. Wir sind ja heute in Fuchs und Later Berlin und da kann man den Leuten auch mal zeigen, was da so alles im Cockpit passiert. Das werden wir nachher alles machen. Wir kriegen mal eine schöne Runde, wir gehen mal über Berlin rüber mit der Urigen 737, die Sightseeing gleich über Berlin, ist ja auch mal was ganz anderes. Wenn wir Zeit haben, werden wir auch in Schönefeld landen. Wenn du was wissen willst, dann fragst du natürlich, ja? Und da du ja noch ein bisschen klein bist, werden wir ja natürlich einen Kindersitz auf den Kapitänssitz setzen, ja? Damit du auch ein bisschen was drüber sehen kannst. Können wir das mal machen? Ja. Wir gehen mal. Das ist schon ziemlich nah. Das ist schon ziemlich nah. Also ich fand es super, super toll. Wir konnten fliegen und es sah alles total schön aus. Wir konnten den Fernsehndrom sehen. Wir waren richtig weit im Himmel. Also wir waren ganz weit oben. Das war halt auch richtig schön und so. Und ja, ich habe auch viel gelernt. Und das war einfach richtig, richtig schön. Und ich habe auch sehr viel gesehen. Ich habe sehr gesehen. Ich habe was mehr gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich habe sogar die Wörter gesehen. Das war richtig, richtig toll.